Das haben wir eben lange gefahren. Nach 600 Metern biegen Sie rechts ab. Alles gut. Ich habe uns wieder gefunden. Das ist gerade ein bisschen primarant. Was ist primarant? Das hat man immer so, wenn man ein primarantes Gefühl hat. Was ist denn das für Arsch? Voll Arsch. Ich habe hier Vorfahrten. Fahrrad voll Arsch. Wichs ab. Würde die um die Innenfahrt ein paar Hohen rumkleben, hätte man kein Problem, diese Fälle. Alter, da ist eine riesen Sch... Oh, nee. Ich bin gerade jetzt noch in Gefahr, weil sieh ich, dass ein Carré noch was frei ist. Und jetzt steht hier vor dem Carré besetzt. Ich parke jetzt da, wo man Parkschein lösen muss. Also ich kann da schlichtweg nicht sagen, weil mir da sind. Weil plötzlich ist das Parkhaus halt belegt. Das doch nervt jetzt richtig. Ja. Stell mal bitte aus und gucken mal, ob da links ein Parkplatz ist. Ja bitte. Fuck. Das ist original nur behinderter Parkplatz. So ein Fick, ey. Wie ich sowas hasse, ne? Was für eine Kackstadt. Wo es sammsthaft kein Parkplatz gibt. Selbst in Saat Ringen gibt es Parkplätze. Fuck you. Nö, ein Steinchen aus dem Auto. Weil sie hier im Stau stehen vor dem Parkplatz. Fuck, ey. Was ist das Ding? Ja, nee, wäre das Ding. Also irgendwann im Lauf des Nachmittags. Na endlich, halt auf zu telefonieren. Was hast du gerade gemacht? Ich habe mit meiner Freundin telefoniert. Schmuchtel. Wie hier ein Cash oder was? Wir suchen einen Cash. Oh, sometimes there is so much beauty in the world. I just can't take it. Hopp, mach was. Wie dich hopp, hopp, hopp. Fürs Protokoll? Hier hat es gerade kurz noch Gras gerochen. Ein bisschen slower ein Kirschturm. Hier ist noch Kiff. Oh. Hm. Petrosina. Astri. Äh. Hups. Das hat wohl nicht geklappt. Oh. Das war wohl ein bisschen drastisch. Wenn schon Vandalismus, dann richtig. Da ist es nichts, Alter. Holt mich langsam bitte mit der Wohnung. Also ich habe mir auf Anhieb nichts gefunden. Ganzer Arm im Loch hat doch nichts gefunden. Wut, 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 wut. Das ist das andere Loch nicht, gell? Ich hätte noch einen anderen. Hopp, hopp. Das dauert aber auch ein geiler Blick. Ich habe jetzt nichts erfüllt. Vielleicht muss ich noch mal so raus. Vielleicht muss ich mal reingucken. So hoch kam ich nicht. Muss ich da drauf klettern. Ja. Ich habe mal mit dem Sauber geschmeckt. Achso, du darfst das erleben. Ich würde eher eine Bahn hochkrammen, ja. Einmal zu tippen, wenn du Tobi hochkramt. Abfahrt, Alter. Hopp, hopp. Holt ihn in den Mund. Also beim besten Willen, das ist definitiv gar nichts. Kletter doch mal hoch, Tommi. Also hier ist nichts. Und was ist, wenn das da oben ist? Ja. Das machen wir jetzt nichts. Das ist wie bei deiner Mama. Du musst noch acht Räder... Äh, Räuber... Ach Gott. Oh Gott, der Witz versaut. Geh doch hoch. Hopp. Das ist Kaugummi. Das ist Kaugummi. Geh hoch. Hopp, hopp, hopp. Geh hoch. Genau, bring mal den Menschen runter. Das ist nur Kaugummi. Scheiße. Du kannst einfach runter. Du kannst einfach runter. Ich geh weg jetzt, ne? Ich vermute, der ist da dazwischen. Das wäre so mein Tipp, aber... Da ist ein Ding wieder. Mein Ding. Geh hoch. Du musst dich einfach nur hier hinstellen. Ey, Berni, der Bucks ist kaputt. Alter! Sowieso leicht, ne? Ja, komm, wir gehen. Wir sind so Pussis. Wir rufen die Feuerwehr, die rettet dich. Oh, Berni, wenn du sehen würdest, wie erbärmlich du da hängst. Die ganze Zeit ohne halt, ne? Das sollte man nicht machen. Du hast ja Gesichtsausdruck, das ist das Beste. Du hast ja nicht gerecht. Ängstlich und konzentriert. Der Mobbler hier, der wird das Dauerschleifen machen. Und dann lacht. Kerl ist mit Spalter, sowas. Jawoll, jawoll. Berni Bär hat die Pusche auch gut. So, guck ins Loch und... Nix da. Du siehst du? Du siehst du? Echt jetzt? Nix da, der muss dort sein. You da man. Alter, dann werf du eine runter, wir signieren und du bleibst oben stehen. Alter, da hat's der drauf. Sau Gott. Das passiert, wenn man nicht aufgibt. Richtig schön. Also doch, richtig. Das gibt dicke Kudos. Das ist echt peinlich, wenn du mit 36 da oben stehst. Das ist hier nichts. Angst wie die Sau und kann seinen Geist nicht mehr kontrollieren, weil man so viel Angst hat. Nicht springen. Nicht gesund. Nicht gut fürs Knie. Ja, fang den. Genau, Micah, fang den. Lass dich fallen. Guck, guck wie er mal den Arsch getatscht hat, obwohl es nicht nötig war. Jawoll. Gott's slave for the win. Bitch. Also, Rücken machen. Shit. Mit PS. Gut, das Adrenalin ist jetzt irgendwo hier. Der Spiegel. Sauber, sauber. Bitte schön. Ich hätte jetzt die nächsten vier Schenke bauen, so fahren wir jetzt noch Braunschweig. Äh, fuck. Äh, äh, äh. Ich muss sagen, ich bin verdammt froh, dass es so bio-types noch keine Geruchsfunktion gibt. Aaaaahhh! Mai 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 Untertitelung des ZDF, 2020